Ich heisse Marilena, ich mache die KV-Lehr bei der Emil Frey Gruppe am Hauptsitz in Zürich. In meinem Lehrberuf muss mir kontaktfreudig sein, man muss Freude an Sprachen haben, man kann organisiert sein. Der Arbeitgeber Emil Frey zeichnet sich aus, weil er sehr tolerant ist, er akzeptiert Fehler und ihm ist es auch wichtig, dass man daraus lernt. Die Lehre bei der Emil Frey Gruppe ist sehr vielfältig, weil es eine sehr grosse Firma ist und es hat sehr viele Abteilungen, die man wirklich hineinschauen kann. Ich bin der Neue, ich mache die KV-Lehr in der Emil Frey Gruppe am Hauptsitz in Zürich. In meinem Lehrberuf ist man vor allem in der Administration tätig und man arbeitet in all den verschiedenen Bereichen, sei es Buchhaltung, Administration und Disposition. Das Lässige an Emil Frey ist, dass man in sehr viele verschiedene Abteilungen sieht. Man hat immer eine sehr abwechslungsreiche Arbeit und kann die Zeit da sehr gut investieren und daraus lernen. Ich würde meine Lehrzeit bis jetzt nicht flexibel überschreiben. Abwechslungsreiche. Abwechslungsreiche. Vielen Dank.